Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella, du bist der Beste, Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch, Elias. Ich bin großartig und ich sehe dein Video auf YouTube. Okay, Chat, alles anspannend. Wir gehen in die Map von Montana Black. Ich werde sie schaffen. 100 Zubs an die Community, wenn ich jello. Ich werde sie für euch holen. Ich bekomme 100 Zubs, wenn ich schaffe. Bis 18 Uhr, never. Soll ich die Pokale wiederholen, Lennart? Deswegen mich nicht die verdammten Pokale zu holen, Lennart. Ich war gestern in einer Stunde bis 4. Level 4 und es gibt 7 Level. Und jetzt weiß ich schon, wie das geht. Für euch da draußen werde ich es schaffen. Für die, die lange Weile haben. Mein Steuerberater ruft mich an. Das ist immer gar nicht gut. Gut, das war's vom Stream Chat. Ich will die Jello steuern schon. Alles, was ich habe, auf Nein. Ich werde es schaffen. Aber ihr wolltet oder nicht? Guck mal hier, gleich Level 1 geschafft. Und wo sind dann die Hater? Boom. Zack. Hier sind Gönnagy nochmal rein. Ja, gestern habe ich das im First Try geschafft. Ich habe Only Up geschafft. Ich habe Vollgasmaps geschafft. Dann werde ich das hier auch schaffen. Ich werde nicht nach L.A. fliegen, bevor ich das geschafft habe. Bevor ich mir die 100 Zubs von Montana Black 88 hole. Du hast Marlenia bezwungen. Ich habe Marlenia bezwungen. So macht man das. Hier muss es doch so ein Safe-Ding geben. Na, da oben. So, jetzt habe ich ein Checkpoint. Zack. Level 1 geschafft. Und jetzt Meter. Meter. Und jetzt Meter. Gar nicht so lange nachdenken. Einfach spielen. Hier. Hey, ich habe gar nichts gedrückt. Wie ich hier durchgehe. Wie satisfying. Und da ist das Gelächter. Und da ist das Gelächter weg. Ist doch nur ein blöder Keks. Ja, scheiß Keks. Und da ist das Gelächter natürlich weg. Da verstummen sie. Da verstummen sie. So, warte mal. Wie war das hier? Ohne springen, ne? Oh, verdammter Gotti. So, jetzt hier für Nachtritt nicht sterben. Safe. Und jetzt geht es los. Hier war ich gestern die ganze... Hier hat angefangen mich rohrt und Sydney die ganze Zeit voll zu babbeln. Es gibt hier auch einen Bug. Guck mal hier, es gibt diesen Bug. Aber der ist nicht Gotti würdig. Es gibt Spawnschutz. Der ist nicht Gotti würdig. Hey, warum ist jemand in meiner Lobby drin? Das ist Rebus. Rebus, du Schwanz. Verpiss dich aus meiner Lobby. Sofort Zaps erlassen. So ein Schwanz, ne? Rebus ist so ein Wechser. Mann, jetzt lenkt er mich ab. Jetzt werde ich sogar vor, meine eigenen Freunden gestreamst. Guck ihn dir an. Und deswegen kannst du nie der Game Office hier werden. Weil du keinen Kopf dafür hast. Sogar deine Freunde sind ja nicht. Lass los. Verpiss dich, Mann! Diejenigen, die mich supporten wollen und an mich glauben, die werden jetzt eine 1 reinschreiben. Und diejenigen, die mich am Boden sehen wollen und über mich lachen, schreiben eine 2 rein. Wäre es so eine Nervensäge, ne? Die war ich gestern auch schon. Ich bin der Gottverdammte Gotti! So, jetzt fällt es hier gleich runter. Ich weiß noch nicht genau, wo. Irgendwo hier. Ich glaube hier. Hier war ich gestern auch schon. Ich spüre ihn auf! Ich spüre ihn auf! So, ab hier. Das war das weiteste, wo ich... Das war das... Weiteste, wo ich gestern. Checkpoint. Wie, was hast du wirklich nichts Besseres zu tun, als mir hier auf den Sack zu gehen? Wirklich. Hast du nichts Besseres zu tun? Schmeiß selber den Stream an. Oder weiß ich nicht. Spiel selbst an dir rum. Oder mach dir was zu essen. Hey, was ist das für du Scheiße? Lol! Alter, dann wäre das Gotti-Like, ne? Was? Das stand noch, dass ich den Checkpoint geschafft habe! Ich schwör's dir, das stand da sogar, ne? Hä? Hä? Ich hab die Matrix getribbelt. Ja, okay. Besser ist. Bruder, wie hab ich mich denn gesaved? Im Ding... Ich hab das so krass gemacht. Gerade könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Hier, das war das weiteste, wo ich gestern war. Also, ich war noch oben, aber... Ich weiß nicht mehr, was kommt. Boah, jetzt lass ich mal in Frieden, du Wichser! Verpiss dich jetzt von mir! Gibt's hier ein Checkpoint? Sag mir, bitte, hier gibt's ein Checkpoint. Hier muss es doch wohl ein Checkpoint geben! Was ist das? Wetten wir, da oben ist irgendwas drauf. Da ist ein Gunnergy drauf. Da ist ein Gunnergy drauf. Was bringt mir das? Was bringt mir das? Was bringt mir da so ein Gunnergy da oben? Hilfe! Hey, Bruder, was machst du da? Reapers! Wenn du jetzt keinen verfickten Band bekommen möchtest, dann wirst du die Fresse halten. Ich spiel's gut, ich spiel's gut, ich bin zum ersten Mal bei der Stelle. Was soll ich machen? Ich dachte, ich bin da, um dir moralische Unterstützung zu bieten. Oh, du bist eine moralische Unterstützung, oder? Mit deinem verwechsten Skin. Ja, was ist denn los? Was ist denn los? Das machst du doch gut da vorne. Ich seh doch alles, mein Gotti. Gotti, mein Gotti, führe mir den Weg. Zeig ihn mir. Guck mal, aber hier... Warum? Klettern, klettern, noch mal klettern, noch mal klettern. Klettert doch nicht, die Banane! Wieso erst Level 4? Du Schwanzhab im Zweiten. Ich bin sogar gut in der Zeit. Erst Level 4. Wieso bist du erst Sub im Zweiten? Er springt, er springt, er springt, er springt, er springt immer runter. Er springt dann immer runter. Das sind aber 300 Nashis. Mein Gotti, hörst du mich? Ja? Naja. Aber das schaffst du heute wahrscheinlich nicht, bei der Leistung, die du erbringst. Leider. Warum werde ich denn so gefronted, Bruder? Ich mach's doch gut. Macht nur Spaß. Bruder, diese Banane! Sie hält sich nicht fest! Warum klappt das denn nicht, Bruder? Bei mir backt es rum. Es ist die Klarinette! Ja. Ja. So. Links lang. Aber wann? Jetzt! Nee. Jetzt! Nee? Jetzt nicht? Jetzt! Beim zweiten Mal. Und dann durchspringen. Jetzt! Mach weiter! Noch ein Gunnergy mitgenommen, der Vlog. Ich bin durchs Gunnergy noch geflogen. No, Evi, ich weiß nicht. Der Chatbeste einfach. Nee, bug. Ist ein bug. Ist wirklich verbuggt. Guck jetzt. Wenn du das jetzt nicht machst, fünf Subs an die Community sofort. Nein, guck jetzt. Du den jetzt verkackst, fünf Subs an die Community. Ich versuch mich festzuhalten und dann leckt das rum wie so ein Wichser. Guck jetzt. Du sollst dich ja auch nicht festhalten. Lande auf dem Ding. Du hast doch heute gesagt, dass man sich festhalten soll, Mann. Wenn du failst. Ja, wenn du failst, dann kannst du ja versuchen. Halt dich wenigstens fest. Aber lande auf dem Ding. Ich kann mich da nicht festhalten. Ja, kein Movement, sag ich. Lotti. Ja, guck mal. Ich bin um 14.31 Uhr in die Map von Modana Black und werde in 53 Minuten in den Arsch gefickt. Was glaubst du, was es hier sein soll für den Stream? Oh. 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 Hilf mir! Hilf mir! Geht dann. Ja, genau zur richtigen Situation. Komm, was machst du, ey? Keine Ahnung. Ah, schnell die 100 Nashis verdienen, sagt der Eli, ne? So, ne, Wex-Map. Und das Ding ist, Eli, also, ich werde es selber nicht schaffen, davon hat man es abgesehen, aber ich kann mich jetzt trotzdem über ergötzen. Da kommen noch richtige Brecher, Digga. Okay, jetzt. Ich möchte einmal ganz kurz den Zuschauer hinweisen. Oder du, ich möchte, dass du was dazu sagst, Eli, okay? Ja. Ich brauche jetzt deinen Business-Talk. Er schreibt, Marcel, selbst nicht geschafft und lacht über andere, soll selbst erst mal zeigen, dass er es kann. Sehr schön. Okay, Eli, schon. Gut, sehr schön. Guck mal, Jello, ich habe das Timing. Du verpiss dich von mir. Verpiss dich. Verpiss dich. Lotti, was machst du da? Digga, weißt du, wie? Direkt weiter, direkt. Warum wartest du denn da? Wie? Warum wartest du denn da? Warum wartest du? Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Da sind überall Sachen. Boah, da ist so viel Platz. Alles steht still und du denkst so, ja, ich warte und duck mich erst mal. Warum pennst du da auf halber Strecke? Du kannst dich ducken. Ich sage nicht, du sollst den ganzen Tag da geduckt. Chill. Bruder, du bist wie bei Inception, dieser Wirt, die pflanzen dir so einen falschen Gedanken in deinem Kopf. Das bist du aus Inception. Und dann ernähre ich mich von diesen falschen Gedanken und ich denke, so muss ich das machen. Noch nie in meinem Leben musste ich mich in diesem Scheißspiel hier ducken. Du, Gott. Habt ihr, habt ihr Merk gesehen? Jetzt, jetzt, jetzt. Und ducken. Bam! Uh! Bam! Reach Level 5. So, safen die Scheiße. Gesaved. Ja, jetzt hat er auf einmal Meter gemacht, he? War es nicht mehr so geduckt. Bam! Komm, zeig mir mal, wo es lang geht, mein Gotti. Weil ich habe vergessen, wo ich gekommen bin. Ich bin von hier gekommen, dann von hier. Ich würde sagen, hier ist er runter. Hier. Ja, guter Weg. Ist das dumm, Dinger. Warum sind denn da diese Scheißreifen? Warum sind sie denn da? Ich dachte auch, dass wenn eine Abkürzung die Reifen, wird einfach gefickt. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Hallo? Was machst du denn da auch schon? Das ist krank, Alter. Was macht der da? Ich glaube, ich muss direkt von Anfang an hier rauf. Scheiße. Wo willst du denn hin? Was machst du denn da? Bruder, dann sag deinen Programmierern, die sollen das richtig kennzeichnen. Wo soll ich denn da hin? Ach so, Loi, hier. Ja, Gelo. Er wollte einfach einen neuen Speedrun aufstellen mit Geheimwegen. Ja, Gelo, macht der gut, guter Spiel. Oh, oh, okay, er lebt noch. Und jetzt? Soll ich mich jetzt hier ein wichsen oder was? Ja, wichst ihr einen. Wichst die Banane. Vielleicht? Warte mal. Ah, ich hab's gecheckt. Sehr gut. Guck mal. War auch nicht so schwer jetzt, aber. Ist doch schön, sowas selbst daraus zu finden. Mir ist ein Ding runtergefallen. Ja, okay, Bruder. Jetzt musst du schneller machen. Wir haben einen Crew, du musst warten. Mach weiter, mach weiter. Zwei. Zwei. Komm, wir den starken Arm benutzen, sag ich. Unmöglich. Unmöglicher Sprung. Unmöglicher Sprung. Wie bei Batman. Ja, scheiße, wenn ich spieße um den Rät, ha? Ja, safe, ja. Dello, so wird das von Los Angeles nix. Was machst du da? Ja, hör ich Rohatz. Wichst lachen. Sagt 20 Minuten lang nichts, Digga. Und lacht dann, wenn ich runterfalle. Also, später abspringen. Ich will es auch mal mit Springen probieren. Ja. Ja, ich hab's gecheckt. Und du hast gecheckt oder in den Chat geguckt. Nein, da fehlt noch eine. Irgendwas wird es gewesen sein. Eine fehlt noch, eine fehlt noch. Ja, auf einmal fehlt eine. Kurz war in den Chat geguckt. Ja, gut. Gut, scheiß drauf. Da war gar nichts. Ja, da war gar nichts. Ich hab genau die Nachricht gesehen, wie die die Augen geöffnet hat, Digga. Die Brille hat kurz einmal mit den geblendet, als du gelesen hast. Ja, auf einmal. Ganz präzise weiß er, wo es ist auch. Ja, ich hab's doch gesehen. Und für 15 Mal daneben. Und wir fahren runter. 16 Mal daneben. Ja, weil der ein Fettarsch hier ist, du Wichser. Verbeiß dich von mir. Digga, ich sehe dieses scheiß Ziel nicht mal, weil es ein Fettarsch mir die Sicht verschmiert. Ich seh nichts. Ich seh wirklich nichts. Ist da, ist da. Well played. Du Scheiße. Ich will sofort ein Checkpoint. So glaub ich nicht weiter. Das ist auch einer der leichtesten Stages hier. Der leichtesten Stages hier, Mann. Eli, schau mal das Brille und Brutztuch rausholen. Ja, warte, 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 warte. Mann, ich muss mich jetzt hier kurz mal bestrafen. Bestrafen willst du dich? Das ist krass. Strafen, strafen, strafen. So, jetzt. Das ist der Durchgang. Was macht er da? Okay, gut. Oh mein Gott, was macht er da? Bruder, ich spüre es euch. Ich spüre es euch. Er springt manchmal nicht. Wo geht's lang? Piss dich. Ich bin runtergefallen, weil ich nicht wusste, wo es lang geht. Boah, ich wäre fast runtergefahren. Gibt es hier einen Sales-Spot? Ich brauche sofort einen Sales-Spot. Wisst ihr da? Ja, jetzt. Track Chat. Reach Level 7 Jungle, Alter. GG's in den Chat wie Jello. Und das ist das Schlimmste? Ich finde, das ist das Schwerste. Also mich hat das am meisten Zeit gekostet hier, mit Abstand. Neul. Oh nein. Warte, wo ist mein Checkpoint? Ach, du Scheiße. Mann, Digga, fuck, Digga, hätte verkackt. Checkpoint beached. Sag mir, wenn du es dann endlich hast. Bruder, es geht nicht. Jello, das ist nicht mal knapp. Endlich, mein Gott. Checkpoint. Well played. Jetzt verpiss ich. Sehr gut und tot. Boah, was? Und tot. Was von dich am abgefucktesten, ehrlich gesagt. Was geht denn hier? Was ist das? Ich hab's geschafft. Wieder so eine Rutschpartie, ne? Ja, ist ja geil. Ich kann nicht runterfallen. Ja, kannst du nicht runterfallen, oder? Mein Lotti. So, Meter. Und Grindr, ein Grindr, ein Grindr, ein Grindr, ein Grindr. Digga, also bei aller Liebe, ne? Ja. Was. Was? Was? Oh, jetzt ist erstmal hier Ruhe. Was ist das alles? Mal Meter. Mal Meter. Sprinte doch, Dick. Was machst du? Darüber muss ich. Und damit sind wir im letzten Level, meine lieben Freunde. Nicht schlecht, Gelo, nicht schlecht. Dass du das da oben fährst, schon alles geschafft hast, ist krass. Und damit sind wir im letzten Level. Das ist der Sprung, den Ruhe hat meint. Den hier? Mhm. Der ist was für Lacher. Der ist abgefuckt. Was ist was für Lacher? Oh, ist perfekt für dich. Hallo? Na, mehr hat er jetzt nicht, bitte. Ich wollte nur sagen, da habe ich aufgegeben, Bruder. Hier hast du aufgegeben? Hier habe ich losgelassen nach elf Stunden, Bruder. Ich habe einfach losgelassen. Wie lange warst du in der Map hier drin? Also in diesem Level? In acht Stunden war ich da und dann bis elf Stunden habe ich nur diesen Einspruch. In acht Stunden warst du da. Da habe ich eine gute Zeit. Ja, du bist perfekt. Du bist perfekt, ehrlich. Ne, wirklich. Weepers. Du verpiss dich. Ich sehe doch nichts, du Arschloch. Ey, zwei Brüder, ein Gedanke sage ich immer. Nur eine Frage des Willens! Du weißt, dass das kein Checkpoint ist. Das ist nur der Anfang auch, by the way. Alles, was jetzt kommt, ist damit verbunden, dass du wieder da durch musst. Ganz genau. Wir drücken alle die Daumen. Ich drücke beide. Komm schon, Bro. Eins von den Dingern wird runterfallen, sag ich. Oh, das war der Richtige! Nein! Warte mal, ist der unsichtbar? Ist der unsichtbar? Ja, genau. Egal, egal, jetzt weißt du es. Ist das ganz, was du hast? Vier Stunden. Ja. Mit der Zeit von gestern gerechnet. Aber die harten Teile kommen ja noch. Wie, die harten Teile kommen noch? Yes! Die harten Parts kommen noch, ja. Und das Finale hat Aufrufpotenzial. Oh, Cello, du musst dich doch festhalten mit X. Du Narr! Ich spiel' einen auf. Wie fandst du meine Tipps, Eli? Die waren top, deine Scheiß-Tipps mit deinen Scheiß-Ducken. Er hat mir einen Tipp gegeben mit Ducken. Ich schwör's dir, man muss sich nicht einmal ducken. Wie soll in der Sprung hier gehen? Versuch mal rechts zu springen. Er guckt wirklich nach rechts. Oh! Was war das? Wenn du runterfliegst, wieder von vorne. Was wird passieren? Gott sei Dank ist ein guter Mott hier. Gott sei Dank ist ein guter Mott hier. Und er läuft trotzdem rein. Ist das der Wahnsinn, Alter? Das ist ja krass. Schade, dass die wohl respawned ist, hä? Schade. Ein ganz krassiges E-Mode-Only von mir. Kurz willkommen. Bruder, ich hab nicht einmal, ich hab nicht einmal, während ich da war, in den Chat geguckt. Ich wusste nicht mal irgendwas von der Uhr. Gut, okay. Aufpassen, die Uhr fällt drunter. Entweder muss ich da hoch oder da hoch. Ja, Alter, mal halt jetzt mach, oh. Ich hab Angst, dass wenn ich da runterspring, komplett da runterfalle. Verfickter Macher. Oho, oho. Ja, jetzt werde ich hier auch gleich wieder runterfallen. Falle, eine dieser Röhre, wahrscheinlich unsichtbar ist, weil er nicht funktioniert, weil er da Leute die Scheiße programmiert hat. Und die anderen wissen es natürlich. Oh, 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 oh. Auch mal den Stein mitnehmen rechts, Eli. Der lohnt sich echt, der Stein, also wirklich. Ich würde das Risiko nicht eingehen. Scheiß auf den Stein. Weil, angenommen, der Server restartet, das passiert alle acht Stunden von Epic Games, dann kannst du dich sofort wieder in diese Map teleportieren, sonst müsstest du ganz Level 6 nochmal machen, wenn du den Stein nicht holst. Und schaffen tust du es heute mit Sicherheit nicht. Du kannst genau nächstes Mal hier weitermachen, wenn du den Stein holst. Leck Eier. Wer bietet mir Eier an, Jungs? Das ist die Mentalität. Ich leck Eier. Lacher. Mach deinen Job und fall runter genauso, ohne mich. Das war ja nicht verknapp, Alter. Nee, nee, das war so weit weg. Das ist der erste Wirtsprung. Er ist nüchtig. Ja, aber nee, gut. Ist er nüchtig, Chad, weil Reapers das sagt? Ja, ohne Valkyren besiegt nicht meine Krähe. Fertig. Sicherlich. Ich habe auch das neueste God of War noch nicht fertig gespielt. Auch angefangen und wieder nicht fertig gemacht. Ja. Aber Krähe nennen, oder? Nee, ist er nicht. Jetzt haltet mal kurz die Fresse, ihr beiden! Und jetzt springen, wie ein König. Ein von 100, Mann! Boots. Ich habe keinen Akku. Hier ist Checkpoint, by the way. Ich höre nichts mehr. Was ist das denn für eine Scheiße? Was ist denn das? Wie viel Prozent habe ich, Chad? Wie viel fehlt mir noch? 95 Prozent? Oder also... Ja, man schafft es nicht. Keiner kann mir erzählen, dass er das nicht ohne Hilfe hinbekommen hat. Kann mir keiner erzählen. Also, er läuft da irgendwie rüber. Ja, ich sehe da nicht mal einen Safe-Spot. Muss ich da komplett rüberspringen? Ich sehe die nicht. Man sieht die auch gar nicht. Ich werde es niemals schaffen, dadurch. Und das, meine lieben Freunde, ist der Ehrgeiz eines Gotti. 18.41 Uhr. Ich muss schnell aufleiten. Wir haben es zwar noch nicht geschafft. Wobei, wie viel fehlt mir? Wie viel fehlt mir? Wie viel fehlt mir? Finale Arena. Einmal Prü... Einmal. Wie lange? Wie lange dauert das? Luca Ohlitz, danke für dein Verschenken. Wie schnell geht das? Ganz kurz. Ist doch schwer. Ich höre Reapers nicht. Reapers rufen mich schnell an bei WhatsApp. Zuerst rechts, dann links. Okay. Und mich darf das Ding nicht treffen. Gut, schaffe ich. Ja, das ist echt scheiße. Ich glaube, ich bin einen Umweg gelaufen, ne? Ich bin einen Umweg gelaufen. Ich dachte, das ist der Weg nach da hin. Reapers ist aber schwerer. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Und es geht nicht um die Subs, es geht um den verfickten Ehrgeiz. Es geht um den scheiß Ehrgeiz. Es geht um den verkackten Ehrgeiz. Darum geht es. Oh, jetzt kann ich in Ruhe, jetzt kann ich in Ruhe sterben. Also wirklich, das war für mich, das war mein Sehenfrieden. Das war mein Sehenfrieden. Boah. Wie, ich liebe Joe. Hallo Marcel. Dankeschön. Die 100 Subs, die würde ich nehmen. Ja, kannst du dir aussuchen. Aber, dass du es weißt, es geht nicht um die Subs. Es geht um den Ehrgeiz, dass du mich nicht brechen kannst. Verstehst du das? Ich verpasse vielleicht meinen Flieger. Aber weißt du was? Diese verfickte Map habe ich geschafft. Ja, doch. Du hast gesagt. Heute schaffst du es eh nicht. Heute schaffst du es eh nicht. Ich habe es geschafft. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bis zum nächsten Mal.